Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Folge des Zweitliga-Checks und heute geht es weiter mit dem SV Sandhausen. Ein Team, welches ja gefühlt in jeder 2D-Jahr-Prognose zu den Absteigern gehört und wir gucken darauf, ob es auch in diesem Jahr Gründe dafür gibt oder ob mal wieder einfach typischerweise Sandhausen als Absteiger möglicherweise gilt. Wir blicken auf die Transfers, die schon getätigt wurden, wie der Kaderstand heute aussieht und was am Ende der Saison damit rausspringen kann. Zuallererst geht der Blick aber zurück auf die letzte Saison. Am Ende hat der SVS den 14. Tabellenplatz erreicht und damit ist man erneut nicht abgestiegen und das war natürlich wie gewohnt das einzig große Ziel. Aber es war auch ein gutes Stück Arbeit. Die Hinrunde war alles andere als gut. Man war auf einem direkten Abstiegsplatz, aber mit Ruhe, Besonnenheit und harter Arbeit konnte man durch eine richtig starke Rückrunde Platz 14 erreichen, souverän die Klasse halten und wirklich auch toll performen. Das muss man ganz klar so sagen. Die Rückrunde war richtig gut. Man war eines der besten Teams in dieser Zeit und konnte auch die großen Mannschaften ärgern und das war der Verdienst der gewetten Mannschaften. Deswegen ist man vollkommen zu Recht auch weiterhin ein Zweitligist. Aber wie gewohnt bei Sandhausen wurde und wird der Kader verändert. Vor allen Dingen auf der Abgangseite ist ja einiges passiert. Mit Pascal Testrot haben wir aber eigentlich nur einen Abgang, der wirklich wehtun kann. Denn Testrot war der Top-Torschütze mit 10 Buden, hat eben auch den SVS immer wieder mal in Spielen gerettet, wo es eng war. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er ging für 700.000 Euro zum FC Ingolstadt in Liga 3. Natürlich ist das rein sportlichen Verlust. Rein finanziell musste man dieses Angebot aber annehmen. Ansonsten haben wir vor allen Dingen Abgänge, die in der Kaderbreite einfach mit dabei waren. Julius Piada geht nach Saarbrücken in Liga 3, Ablöse frei, ebenso wie Erich Berko. Der Vertrag mit Gianluca Gaudino wurde nach einem Jahr schon wieder aufgelöst. Er geht in die zweite Schweizer Liga zu Lausanne. Und dann haben wir noch Carlo Sigginger, der zu Elversberg geht. Und die Verträge von Felix Wiedwald, Maurice Deville, Tim Kista und Rick Wulle sind ausgelaufen und mundig verlängert. Kista unter anderem hat ja auch seine Karriere beendet. Dann haben wir noch zwei Leihenden von Nils Seufert und Alu Kuhl. Auch das sind sicherlich Abgänge, die zu verkraften sind. Kuhl ist ja hier nur aufgefallen durch seine rote Karte gegen Schalke. Ansonsten war beim VfB-Talent nicht wirklich so viel los. Und deswegen kann man am Ende das Fazit ziehen. Der Abgang von Testro tut sportlich weh. Ich denke mal, da sind wir uns schon einig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er in der Rückrunde ein bisschen nachgelassen hat, als im Vergleich zur Hinrunde. Und dieses Geld war unglaublich wichtig. Die restlichen Abgänge sind auf jeden Fall zu verkraften. Und damit konnte auch der Kader gezielt verändert, verstärkt, verbessert werden. Und das ist für mich auch ein kleiner Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Denn dort musste oftmals eine große Anzahl an Spielern geholt werden. Weil auch sehr, sehr viele gegangen sind. Wir sehen, am Ende hat man fünf neue Spieler hinzugeholt. Das ist ja eine ganz normale Menge. Für den Sommer-Transferfenster sogar eher weniger als viel. Der prominenteste, vielleicht auch der wichtigste Neuzugang ist sicherlich David Kinsombi. Christian Kinsombi ist ja schon da. Nun kickt sein Bruder auch in Sathausen und kommt ablösefrei vom Hamburger Sportverein. Ein sehr erfahrener Zweitligaspieler, der vorhin beim HSV als Joker immer wieder überzeugen konnte. Den Sprung in die Startelf hat er da zuletzt weniger geschafft. Deswegen jetzt also der Wechsel zum SVS. Und er kann im Mittelfeld, vor allem auch in der Zentrale, ja überall eine Hilfe und Stütze sein. Mit Matej Pulgrab hat man sich dann auch einen neuen Mittelstürmer geholt. Und das war sicherlich ein ganz wichtiger Deal. Besser gesagt, das war natürlich auch dann die größte Baustelle. Testrot ist weg. Es musste ein neuer Neuner her. Neben der Verlängerung der Laie von Ahmed Kutucu ist nun also Pulgrab als klare Nummer 9 da und soll diese Lücke dann auch füllen. Mit Philipp Ochs hat man ablösefrei einen Spieler hinzugeholt von Hannover 96, der sehr flexibel einsetzbar ist. Vor Jahren galt er mal als das große linksradiger Talent in der TSG-Jugend. Seitdem hat sich einiges geändert, aber ich glaube schon, dass er eine tolle Ergänzung, eine spannende Verstärkung auch sogar sein kann, weil er einfach auf den Außenbahnen defensiv wie offensiv alles spielen kann. Er besticht einfach durch eine unglaubliche Flexibilität. Mit Abu, Bekir, Ömer, El-Sain hat man sich noch ein spannendes Talent hinzugeholt. Der Flügelspieler, der wohl eher für Centrum eingeplant ist, hat in Dortmunds U19 beim BVB eine wirklich starke Saison gespielt. Sein Vertrag dort wurde aber nicht verlängert, dann hat er bei Sandhausen mittrainiert und konnte so überzeugen, dass er einen Vertrag bekommen hat. Auch Josef Gander hat überzeugt, auch er ist ein Flügelspieler, kommt von Admira Wacker und soll die Flexibilität in der Offensive noch einmal erhöhen, denn er kann sowohl im Sturm als auch über die Flügel kommen. Und ich denke mal, damit hat man fünf wirklich passende Transfers getätigt, genau dort den Kader verstärkt, wo man Verstärkungen brauchte, aber auch dort den Kader ergänzt, wo man Ergänzungen brauchte. Und deswegen finde ich, hat das auf jeden Fall Hand und Fuß. Und dadurch ergibt sich natürlich auch dann mal der Blick auf die komplette Mannschaft, wodurch vielleicht auch sehen können, analysieren können, wo es vielleicht aber auch noch hapert. Legen wir los im Tor und dort ist ja alles so geblieben, wie es war. Patrick Drewes als Nummer 1 und dahinter dann noch Nikolai Rehnen und Benedikt Grave. Da wurde nichts verändert und es gab auch keinen Grund dazu. In der Abwehr haben wir dann für die rechte Seite Baschkim Aydini und Dennis Diekmeier, für die linke Seite Arne Secker und Shima Okoroji, also beide Außenwanderer der Position doppelt besetzt, auch mit relativ viel Erfahrung. Und dann eben für die Zentrale Dario Dumic, Immanuel Höhn, Uma, Diakite, Vincent Schwab. Ein Eigengewächs, gerade mal 18 Jahre jung, ein spannender Innenverteidiger, gebürtiger Heidelberger. Also kommt auch aus der Ecke. Mal gucken, welche Rolle er spielen wird. Und natürlich Alexandre Cirov als sehr erfahrener Verteidiger. Und damit, finde ich, ist die Abwehr wirklich gut aufgestellt, aber da gab es ja ohnehin keine Abgänge, die man jetzt direkt ersetzen musste. Und somit gab es ja auch hier nahezu keine Kaderbewegung. Im Mittelfeld haben wir dann für die Zentrale Tom Tribol, Erik Zenger, David Kinzombi, Yannick Bachmann und Marcel Ritzmeier und eben möglicherweise auch Abu Bekir Ömer El Zayn. Seine Scorer-Wert der Vorsaison, wie auch seine Position auf verschiedenen Foren, klingt zwar eher nach klarer Offensive, aber in der Vorbereitung wurde er eher als Achter im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Typische Flügelspieler sind dann noch Josef Gander, Sebi Osuku, Alexander Eswein, Philipp Ochs und Christian Kinzombi. Im Sturm aber noch zwei Spieler mit Matai Pulgrab und Ahmet Kutucu. Und damit ist die Mannschaft auch komplett. Und das sehen wir auch ganz gut beim Blick auf die erste Elf. Ich habe die ganze Geschichte jetzt mal im 4-1-4-1-System aufgemalt. Es könnte am Ende aber auch zum 4-2-3-1 werden. Das sind aber auch nur Kleinigkeiten. Ich denke mal grundsätzlich, wenn man schon mit einer Viererkette spielt, mit zwei Flügelspielern, einem Stürmer und eben dann je nach Anordnung drei zentralen Mittelfeldspielern. Drehwirst ist natürlich die klare Nummer 1, ein sicherer Rückhalt. Rennen die Nummer 2. Rechts hinten sehe ich einen relativ offenen Zweikampf zwischen Diekmeier und Aydini. Nie sportlich gesehen, aber Diekmeier als Führungsspieler, wenn er fit ist, sicherlich nochmal den Tacken wichtiger. Auf der linken Seite ganz klar Okoruchi vor Sicker. Da hat man einen wirklich guten Transfer im letzten Sommer getätigt. Okoruchi hat sich nochmal weiterentwickelt, ist nochmal einen Schritt nach vorne gegangen. Deswegen gab es ja auch hier Interesse unter anderem von Hannover 96. Aber Stand jetzt bleibt er an Bord und wird auf links ein ganz wichtiger Spieler sein. Innenverteidigung haben wir ja gesehen. Fünf Spieler für zwei Positionen. Dumic ist sicherlich gesetzt, der 30-Jährige und Schiroff möglicherweise auch. Aber er ist eben aktuell noch verletzt, hat er Knieprobleme gehabt. Wenn er wieder fit ist, ist er ein klarer Startelf-Kandidat. Ansonsten hat er mit Diakite und Höhn zwei sehr erfahrene Backups und eben mit Vincent Schwab ein Talent dahinter. Im zentralen Mittelfeld haben wir ja jetzt hier eine Sechser-Position und zwei Achter-Positionen. Man könnte es auch machen mit zwei Sechsen und einem Zehner. Und für mich haben wir hier vier Spieler für drei Positionen. Und das sind am Ende Tribul, Zenga, Kinsombi und Bachmann. Natürlich ist es auch vorstellbar, dass Kinsombi mal auf die Außen rückt. Also David Kinsombi in der Neuzugang vom HSV, wodurch eben dann auch Zenga spielen kann. Aber weil wir dort schon relativ viele Spieler haben, habe ich jetzt mal David Kinsombi da hingepackt, wo er am stärksten ist. Und das ist auf der offensiven Achter-Position. Deswegen war es dann für mich die Frage, wer rückt raus. Das war am Ende Zenga. Der ist jetzt erstmal hier auf der Sechs-Hinter-Tribul. Wie gesagt, auch das sind beides potenzielle Stammspieler. Bachmann bin ich ein großer Freund von. Zieht als Achter die Fähne im Mittelfeld. Performt da sehr, sehr gut. Verbindet die Mannschaftsteile. Der gehört für mich dahin. Und daneben ist Kinsombi für mich klarer Stammspieler. Ritzmeier als Backup für die kompletten zentralen Positionen. El Zayn natürlich auch, weil er offensiv alles spielen kann. Auf den Flügel-Positionen sehe ich auf rechts Suku erstmal als Gesetz dann. So wie auf links den Neuzugang Philipp Ox mit Kinsombi, Esmein und Gander. Hab man dabei hier noch weitere Alternativen. Sturmzentrum wird sicherlich erstmal an Pulgrab gehen. Amit Kutucu wird ähnlich wie in der Rückrunde, wo er ja schon ausgeliehen war, als eher Joker seine Einsätze bekommen, sich darüber zeigen müssen. Hat aber sicherlich auch das Zeug dazu, ja öfter mal jetzt in der Startelf zu stehen. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie gut Pulgrab am Ende funktionieren wird. Und damit kann man dann das Fazit ziehen. Der Kader steht im Großen und Ganzen. Jede Position ist doppelt und gut besetzt. Und damit kann man natürlich dann auch in die neue Saison gehen. Aber bevor es damit weitergeht, blicken wir nochmal kurz auf den Status Quo. Auf die Gerüchte, was man möglicherweise doch noch am Kader verändern kann. Und da kann ich euch eine schnelle Aussage geben. Aktuell gibt es keine Gerüchte. Aktuell gibt es keine Meldungen darüber, dass nochmal der Kader krass verändert wird. Wir haben es auch gerade schon gesehen. Man ist gut aufgestellt. Man hat die Hausaufgaben erledigt, die man erledigen wollte. Und deswegen braucht es auch meiner Meinung nach keine weiteren Spieler mehr. Auf der Abgangsseite gab es natürlich wie angerissen Gerüchte um Okoroji und Hannover. Das hat sich ja nicht bestätigt. 96 hat andere Spieler für die Positionen geholt. Und sollte es dann dort keine anderen Interessenten mehr geben, dann bin ich mir auch sicher, wird der Kader so zusammenbleiben. Und das sollte auch mehr als ausreichen. Diesen Kader anführen tut aber natürlich der Trainer. Und das ist seit letztem Herbst Alois Schwarz. Schwarz ist ja ein Trainer, der unglaublich viel Erfahrung in Liga 2 hat. Und diese tut dem Verein auch richtig gut. Meiner Meinung nach passt er auch als Typ eben gepaart mit der Erfahrung, mit seinem Fußballspielstil sehr, sehr gut zu Sandhausen. Kein Wunder, dass sein Vertrag bis 2024 verlängert wurde. Das passt. Man hat einen guten Trainer gefunden, mit dem man vor allen Dingen auch wieder Konstanz auf die Bank bekommen wird. Und jetzt kommen wir natürlich zur größten Frage dieses Videos. Was ist drin für Sandhausen in der kommenden Saison und vor allen Dingen auch was ist das Ziel? Und natürlich gibt es nur eine Zielsetzung und das ist erneut der Klassenerhalt. Viel mehr ist glaube ich auch nicht zwingend drin. Natürlich, wenn man an diese Rückrunde anknüpft, wo man am Ende Tabellen 5 da war, in der Rückrundentabelle, dann ist natürlich viel, viel mehr drin. Aber man weiß natürlich auch ganz genau, wo man herkommt, was mit diesem Kader möglich ist, welche finanziellen Mittel man hat. Und es ist jedes Jahr für Sandhausen ein großes Geschenk, was man sich erarbeitet hat, wenn man 2. Bundesliga spielen kann. Und meiner Meinung nach hat man richtig gute Karten. Auch im nächsten Jahr, hier im 2. Liga-Check, vorzukommen, weil ich sehe, dieses Jahr einige Teams, mindestens 3, wenn nicht sogar 4 oder 5, schlechter als Sandhausen. Der Testrotabgang wurde ersetzt. Wenn man das mit den Neuzugängen, Pulgrab und natürlich auch Kutucu auffangen kann, dann passt das und der Rest ist meiner Meinung nach sogar besser als im Vorjahr. Und da hat man schon eine Rückrunde gesehen, was durchaus möglich ist. Ich bin echt gespannt, in welche Richtung sich Sandhausen entwickeln wird. Ich bin mir aber relativ sicher, mit dem Abstieg werden sie vielleicht was zu tun haben, aber sie werden nicht runtergehen. Und jetzt ist die große Frage natürlich noch an euch gestellt. Auf welchem Tabellenplatz seht ihr Sandhausen? Wo geht die Reise hin? Und dann könnt ihr schon sehen, wo die Reise hierhin geht. Denn in der nächsten Folge geht es weiter mit Fortuna, Düsseldorf. Wir sind fast durch mit dem 2. Liga-Check. Drei Teams kommen noch mit Düsseldorf, Kaiserslautern und dem Hamburger Sportverein. Danach gibt es noch mal eine große Abschlusstabelle, sowie die YouTuber-Prognose. Schaut euch das alles gerne an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.